Willkommen Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando. Eine Eliteeinheit. Etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen. Ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Die Eiver unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erleben zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4-0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 0-7. Der erbittertste Jäger Ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von Ihnen erwarten, dass Sie sie verteidigen. Und wenn nötig, Ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff. Alles startbereit. Neues Kampfschiff. Okay, Gruppe B. Bewegung. Los geht's. Die Geschütze nach Achtern. Munition laden. Los, los, los. Klar, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir. Die Geschütze nach Achtern. Die Geschütze nach Achtern. Es ist, äh, ein Unstandard-Ov-1-5-2-Gladen. Es ist nicht auf Signale reagiert, aber es ist glaubt, dass wir eine Technologische Angelegenheit im Transport. Okay, das ist der erste Redaktion. Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta-6-2 ist in der Nähe, finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie St. Hank und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Wir sind über dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab! Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HODs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Premierziel ist der geonosianische Anführer Sunfake. Delta-Leader, Sunfake darf auf keinen Falle kommen. Delta-Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen. Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit den Banken da, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Idee ist eine Kampenstation. Nieder, Ihre Vitaldaten stehen bei 100 Prozent. Sie können weitermachen. Sie sind den Schützenkraten. Rückzug zum Gunner Sektor. Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampffschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Drei Aften. Sicheren Sie das Gebiet von dem abgestürzten Kampffschiff. Es sind zu viele! Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Hey, drei, fünf, schau mal! Holen los! Wenn Sie wirklich so gut sind, wie es heißt, gewinnen Sie den Krieg quasi im Alleingang. Sir, Sie begeben sich in feindliches Gebiet ab. Wimmelt es von Druiden und Bugs! Wir entrichten die Kampffschiff von historischer Verteidigungslinien. Drogiden nähern sich ihrem Land auf. Der Feind hat unsere Linien durchbraucht. Dieser Graben führt zum hinteren Bereich der feindlichen Linien. Drogiden nähern sich eine Geschützstellung, die Ihnen ärgermachen könnte. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Granaten zum Inventar in Zug gefügt. Ausgezeichnen, werfen Sie die Granaten jetzt auf die Geschützstellung. Sehe beeindruckt, Dreier. Ender Lieder. 162 ist in der Dien. Sie müssen sie bald erreichen. Juhu! Wir sind direkt in den Sonargeschütz. Brennt Platz, mal, ihr trackigen Ruiden! Ja, nehmt das! Ich freue mich auf das Brat. Los, los! Wir haben uns in der Stau. Unsere Soldaten haben keinen Schuss gegen die Sonargeschütze. Anhörer, ich habe die Position für den Sprengsatz auf Ihren Visor geladen. Trotz, zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann's kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Ich hätte hier gerne ein Lochbesser. Vorsicht, tief in die Sicht Ihrer Position. Noch Deckung. Bringen Sie uns ein Verpackung, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Wo war der Gäste nicht denn? Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Berater, die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Halken ist unterwegs. Mehrere Gegner dort. Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere Ihnen wichtige Informationen. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Delta Team, formiert sich. Bin in Position, Boss. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Sanfec, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden.